So, mit den Flaschen zusammen geläutet, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hirmerinnen und Hirmer, guten Abend, wir haben auf Sie gewartet, die zwei Damen, die Kleine und die Große und ich, und ich möchte Sie heute in meiner Eigenschaft als Obmann des Vereins Hirn 2020 bei der Eröffnung des neugestalteten Schwefelbrunnes begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich unsere Landesrätin Berliner Tunz, herzlich willkommen, unsere Bundesrätin, Bürgermeister Inge Bosch-Kruska, die Herren und Damen und Herren des Hirmer Gemeinderates an der Spitze, Vizebürgermeister Mörz Ernst, und Frau Susanna Steigert-Moser. Vor nicht allzu langer Zeit war dieser Platz da vergessen, unansehlich, die Quelle unten war schwer zugänglich und der Platz, die ganze Situation da war gefährdet, zu einer Gestehung auszuarbeiten. Der Verein und die Gemeinde haben sich beschlossen, dieses nicht so zu machen und ich glaube, wenn man sich umschaut, ist uns das recht gut gelungen. Gemeinsam mit der Firma Pinter möchte ich besonders hervorheben den Wallner Rainer, der sich ins Zeug gelegt hat, ist daraus ein kleines Schmuckstück geworden. Namentlich allen Danke zu sagen, die da erschärflich dazu beigetragen haben, würde ich hier den Rahmen sprengen. Ich möchte aber ganz besonders unserer Susanne, Susanna Steiger-Moser, herzlichen Dank sagen, ohne die hätten wir es nicht geschafft, ginge. Unserer Landesrätin auch für die finanziellen Zuwendungen, die wir vom Land bekommen haben. Den Künstler, der heute nicht da ist, Mag. Florian Lang, der das alles mitgestaltet und auch die zwei Zeitgeister entworfen hat und last but not least den Hirmer Gemeinderat an der Spitze unserer Inge, darf ich so sagen, die das nicht nur finanziell unterstützt hat, sondern auch intensiv in dem Projekt beteiligt ist. Am 7. September werden wir unseren gemeinsamen, unseren gesamten kulturhistorischen Wanderpfad, Kulturpfad eröffnen. Einladungen werden an jedem Haushalt noch ergehen. Zu der großen Eröffnung möchte ich Sie schon heute recht herzlich einladen. Nun möchte ich mir in einem Zitat enden, meine Moderation, die uns Federico Fellini hinterlassen hat. Und der hat gesagt, niemand darf seine Wurzeln vergessen, denn Sie sind der Ursprung unseres Lebens. Und jetzt darf ich unserer Susanna Steiger-Moser bitten, dass Sie einige Worte über das ganze Projekt zu besten gehen. Der Herr Ingenieur Miser hat schon gesagt, der Schwefelbrunnen ist etwas, das immer schon vorhanden war in Hirn. Und natürlich war das dann ein Anlass, dass dieser Schwefelbrunnen auch ein Standort wird für eine Station des Hirmer Kulturpadels, der am 7. September eröffnet wird. Und der Hirmer Kulturpad ist ja etwas, was die Vergangenheit in die Gegenwart bringen soll. Und das ganz Wichtige ist auch, das, was droht, vergessen zu werden, dass sowas bewahrt wird. Das immaterielle Kulturerbe, das so mündlich nur oft weitergegeben wird, die Geschichte und sowas, was schwer zugänglich wird, wird mit dem Hirmer Kulturpad der Bevölkerung sehr näher gebracht und soll für die Zukunft aufbereitet werden. Und dass jeder daran teilhaben. Und die Frau Bürgermeister wird dann dieses Gerät, was da unten steht, dann näher erklären. Ich will nur eines dazu sagen, dieses Gerät hat ja im Burgenland einen ganz speziellen Namen. Und ich verwende das immer im Bötsching im Museum als Erklärung, weil die Kinder sich immer mehr entfernen vom Dialekt. Und deshalb ist das auch ein großes Anliegen. Und ich sage, was ist das? Das ist ein Blutzer, ein Stoberblutzer. Und bei der letzten Führung eben mit der Volksschule Bötsching war es eben dann so, dass ich gesagt habe, naja, und was ist ein Blutzer noch? Na, dann ein Blutzer, dann sind wir, ich habe gesagt, Halloween. Und da hat man früher nicht Halloween gespielt, sondern da ist mir ein Blutzerleuchten gegangen. Gut, haben Sie das gewusst? Und dann habe ich gesagt, aber es gibt noch etwas, für was sagt man noch Blutzer? Für, wenn wer einen großen Kopf hat, sagt man auch, du hast einen Blutzer. Und dann habe ich gesagt, naja, aber manchmal sagt man auch, hörst du, bist ein Blutzer. Was heißt denn das? Und so ein Kleiner sagt, ja, ja, meine Mama sagt das jeden Tag zu mir. Also das sind auch solche Dinge, die der Hirmerkulturpferd ein bisschen beleben wird. Und auch diese Gespräche mit den Hirmergesprächen, die wir angefangen haben, dass sowas bewahrt wird. Und da darf ich jetzt gleich an die Frau Bürgermeister rübergeben. Dankeschön. Ja, ich möchte jetzt ganz kurz, nur, eh nicht lang, aber wenn wir so zwei Jahre zurückgehen, haben wir angefangen mit der Hirmerdorfeneuerung. Und einige von euch werden sich noch erinnern können, wir haben eine eigene Runde zum Wiesinger, auch noch dazu mal noch, und gesagt haben, wir saumen Ideen für Hirn. Da war es ja am Anfang so, dass ganz viele Ideen kommen, weil es dann ein paar haben gesagt, na, da gehen wir jetzt wieder, da wird ja eh nur geredet, da brauchen wir ja gleich gar nicht weiter tun. Ein paar sind geblieben und haben weiter an die Ideen gearbeitet. Und bei diesen Weiterarbeiten sind mehrere Dinge entstanden. Das eine ist so ein kleiner Falter über Hirn, den habt ihr vor zwei Jahren, eineinhalb Jahre, in die Häuser eingeschmiert bekommen, wo überall oben steht, welche Vereine gibt es in Hirn, welche Firmen gibt es in Hirn, und das haben wir bis heute beibehalten. Wenn jemand neu nach Hirn zieht, bekommt er so einen kleinen Falter, wo ihm alle Vereine vorgestellt sind, damit wir das Hirmerdorfleben auch ein bisschen kennenlernen, der an euch zurückgeht. Das war eine dieser Ideen. Eine zweite Idee war, naja, wenn der Wiesinger zuspürt, dann werden wir was tun müssen. Und da haben wir ja alle nicht genau gewusst, was wir jetzt dann mal tun müssen werden, weil wir ja auch ein bisschen Angst gehabt haben, ein Dorfzentrum brauchen wir schon. Dann sind wir über das Dorfzentrum rangegangen, haben in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe auch Ideen für dieses Dorfzentrum ausgearbeitet, und ihr seht, es ist im Fertigwerden. Mitte Juli werden wir auch dieses Dorfzentrum übergehen können, und da waren wir ein ganz großes Anliegen, es gibt eigentlich überhaupt nichts über die Hirmergeschichte, außer der, wo ist jetzt die Frau Direktor, außer Dienst, da ist, die Christel, dort haben wir es mit den Kindern gemacht, und das ist so eine tolle Grundlage, da könnten wir aufbauen. Aber dazu ist es notwendig, dass es wirklich Leute gibt, die engagiert mitarbeiten, die einen Zeitopfern, die da wirklich was einbringen. Dann haben wir den Verein Hirn 2020 gegründet. Wenn ihr euch erinnern könnt, einmal sind überall auf jeder Tier so Luftballons gehängt, den ganzen Hirn. Da war der Gernot unterwegs, unter anderem hat diese Luftballons aufgehängt, und der Wolfgang hat sich dann gesagt, er wird der Vorsitzende dieses Vereins Hirn 2020, die Christel ist die Stellvertreterin, und es sind jetzt viele da, die mitarbeiten in diesem Verein. Und dieser Verein ist so, dass man... Ich weiß, die Größe jetzt schon kommen. Dieser Verein ist so, dass er wirklich die Geschichte von Hirn versucht aufzuarbeiten. Und unter anderem dieser Schwefelbrunnen, wo schon viele gesagt haben, irgendwo am Damm hat denn da nichts, da rinnt das Wasser rein, und keiner tut was mit dem. Und die haben mir gesagt, das geht nicht, das ist kein Trinkwasser, das dürfen wir nicht. Und wir haben das Wasser jedes Jahr in die biologische Station nach Ilmitz geschickt, um es zu testen. Und voriges Jahr haben sie aufgerufen und gesagt, der Bürgermeisterin, ich sehe es so weit, das ist ein Trinkwasser. Das hat die Qualität des Trinkwassers erreicht. Daher haben wir dann gemeinsam beschlossen, das werden wir ausnutzen, um Hirn mit einem neuen Platz ein Stück lebenswerter zu machen und liebenswerter zu machen. Die Susanne hat das gesagt, die Putze. Wenn man den Blutzer gerade in die Hand hat, vom Friedlholmen geholt, damit man das auch sieht, mit diesem Blutzer ist das Wasser auch schon früher geholt worden, im Dürchland eingewickelt worden und mitgenommen, dass es kühl gehalten werden. Dieses Wasser soll weiterhin für die Hirmerinnen und Hirmer da sein, soll weiterhin dazu geben, dass ihr euch erfrischen könnt. Die Frau Hartmann, die da sitzt, hat ja diesen schönen Aufstatt, wenn das Führer geht und euch das dann durchlässt, wie das dort zum Beispiel war, auch geschrieben, könnt ihr euch ein bisschen informieren. Mit den Hirmergesprächen, die wir angefangen haben, haben wir Leute, die schon ein bisschen öfter sind, die uns was erzählen, wie es früher war. Eine Runde haben wir schon gehabt, haben wir auch aufgenommen, werden das auch niederschreiben und weitergeben. Weil es gut und notwendig ist, dass wir von unseren Vorderen etwas lernen. Wenn wir von den Vorderen nichts lernen, können wir die Zukunft nicht so gut gestalten. Und es ist wichtig, dass wir die Zukunft für unsere Kinder gestalten. Und wichtig, dass wir das, was ihr wisst, ja nicht vergessen. Daher gibt es nicht immer Gespräche, daher gibt es den Themenweg. Und Frau Landesrät, wenn ein Stück ist, zu diesem ganzen Themenweg, die Gestaltung des Brunners hat natürlich auch Geld gekostet. Und beim Geld, können Sie sich vorstellen, haben wir in den heiligen Jahren nicht wirklich viel. Mit einem Dorfzentrum, was wir neu bauen, mit dem Brunnen, was wir gemacht haben, mit dem Themenweg, und haben uns jetzt schon keinen Kredit aufgenommen. Wir haben das dabei wirklich alles so finanzieren können, dass wir keine Schulden für die Gemeinde gemacht haben. Unter anderem haben wir das ein Bier zum Vertrauen, liebe Verena. Dass wir keine Schulden gemacht haben. Ein Drittel dieses Brunners, die Gestaltung dieses Brunners, hat die Dorfenauung gezahlt und dafür ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche euch, dass ihr euch heute gut unterhalten könntet. Wir haben was zum Essen, wir haben was zum Trinken, und dass ihr ein bisschen sitzenbleibt zum Trotsch, und euch gegenseitig auch was dazu. Dankeschön. Frau Landesrätin, der hat mir jetzt bitten, dass er ein paar Worte zu uns gibt. Ja, gerne. Frau Bürgermeisterin und Abgeordnete, Frau Doktorin Susanna Steiger-Moser, lieber Herr Vereinsobmann, Stellvertreter, der Herr Vizebürgermeister, Sie alle, liebe Bevölkerung, ich freue mich total, dass so viele Menschen da sind. Ich fühle mich in Hirn sehr wohl, und bin auch oft in Hirn, die letzten zwei Wochen jede Woche. Das hat mit dem Familienpicknick zu tun. Das war wunderschön, da habe ich einen Platz genau kennengelernt, und weil da ganz einfach Menschen sind, die was umsetzen wollen. Und dieses Kompliment muss ich Ihnen jetzt machen. Nur ein bisschen enttäuscht bin ich, ich habe auch Geschichte studiert, aber nur für eine Pädagogin. Ganz genau mich nicht auskennt, ich glaube, die Inge Bosch wird mir eine Südburgenländerin jetzt einen Uhudler-Plutzer geben. Nicht groß. War nix. Aber er ist so schön wie die im Süden. Ich habe mich auch ein richtiger Plutzer. Und nur jetzt eine kleine Dorfernäubungsgeschichte sozusagen aus dem Südburgenland. Über ein EU-Projekt und Dorfführung haben wir versucht, wirklich den Uhudler da drinnen nachhaltig, weil die Menschen das wollten, weil das schön passt, Plutzer und Uhudler gefüllt. Nein, es ist nicht gegangen. Du seid jetzt hier mit euch am Wasser besser unterwegs. Der Uhudler geht in einem Tongefäß leider nicht, da ist er nicht haltbar. Also, okay, dann bleiben wir lieber beim Schwebelwasser. Meine Damen und Herren, zunächst einmal nochmal ein herzliches Danke an Sie alle. Weil Sie haben da mitgewirkt. Und ich kenne Eure Bürgermeisterinnen, Vizebürgermeister, Gemeinderat, allzu gut, dass ich weiß, dass die wirklich Demokratie leben. Und dieses demokratische Miteinanderreden und Ziele miteinanderarbeiten, das ist genau auch meines in der Dorfeneuerung. Ich habe bis jetzt um sieben die Landeshauptleute gehabt und 2005 hat mir der Landeshauptmann gesagt, da ist so viel zu machen und ich schaffe das nicht und ich habe da schlecht gewissen, machst du. Und seit 2005 haben wir natürlich auch viel, viel mehr Chancen gehabt, weil ich seit 2007 aus dem Ehlertopf, EU-Topf heißt, Ehlertopf, die Entwicklung ja auch extra 10 Millionen Euro herausnehmen konnte, EU-finanziert, natürlich mit Kofinanzierungsmitteln des Landes. Und so bin ich wieder bei Ihnen in Hirn, wo ich wirklich vielen, vielen Gemeinden helfen kann. Nur ein, zwei Zeugen, ich will sie auch nicht fadisieren. Die erste, wir haben über 400 Einzelprojekte gefördert. Allein im Hirn, aber vier. Und ihr seid da wirklich ganz, ganz toll unterwegs. Das hat wieder mit der Inge zu tun, die lasst mir eh keine Ruhe. Und wenn ich vielleicht einmal ohne Geld komme, muss ich noch einmal zurückfahren und das Geld wollen. Nach Reisenstadt. Fährst du gegen den Kaffee, dann musst du wieder fahren. Dafür sind die Säge noch immer mehr. So soll es ja auch sein, dass da viel Geld für gescheite Projekte hineingeht. Das Erste, was Sie umgesetzt haben, nur Sie als Bevölkerung, war, dass in diesem umfassenden Dorfenneuerungsprozess ja Sie der Gemeindevertretung gesagt haben, hey, das wollen wir. Das ist uns wichtig. Und daher, das, was die Frau Bürgermeisterin jetzt tun kann mit dem Gemeinderat für Sie, ist nichts anderes, als Ihre Ziele und Ihre Wünsche für Hirn umzusetzen. Und gemeinsame Ziele zu haben, gibt nichts Schöntes. Das wissen wir alle im Leben. Wenn man gemeinsam einen Strang zieht, dann wird das auch was Gescheites. Das war das Erste. Das Zweite, ich erinnere mich natürlich auch an Wiesinger und die ganze Geschichte, weil ich einfach mit ihrem sehr verbunden bin, habe ich das ja auch mitgetragen. Wir haben nämlich von den 171 Gemeinden 143 in der Dorfenneuerung. Und alle kann ich einfach nicht wissen, aber das ist mir noch eine gute Erinnerung, wie Sie alle wirklich sehr, sehr mit dabei waren, und was ist jetzt, wenn wir kein Gasthaus mehr haben, wie geht das alles weiter. Aber da der nächste Schritt, wieder super gearbeitet, Kompliment an Sie zurück. Ich habe mir gesagt, okay, wie schaut die Alternative aus. Dann ist Inge eh wieder gekommen mit ihren Zielen und hat gesagt, geht her, und dann ist schon wieder weitergegangen. Das waren damals viel mit dem Dorf, aber super, passt, super, super. Ganz toll angelegt. Das, was uns natürlich alle am Herzen liegt, ist der Nachversorger, auch das ist super gelungen, und dann auch da wieder. Kompliment an Sie. Und wenn Hirn halt so schön ist und Sie wirklich da eine Lebensqualität haben, dann machen Sie das wieder aus, weil Sie bestimmen, was Sie für Hirn brauchen. Und wenn das finanziell auch noch passt, wir haben ja gehört, ohne neue Schulden, dann ist das ideal und ich bin stolz auf Hirn. Wir haben in der Dorfeneuerung natürlich immer, ob ich das oberste Prinzip, das ist wirklich die größte Bürgerinitiative geworden, nämlich immer, dass die Menschen in den Dörfern, in unseren burgländischen Gemeinden sagen, wir sind dabei, und daher stelle ich immer diesen umfassenden Dorfeneuerungsprozess, wo Sie lang miteinander gearbeitet haben und auch viele, viele mitteilen haben, der ist immer der Beginn. Bürgerbeteiligung gelebt. Nicht wir füllen uns ein, für uns ist was wichtig, sondern Sie geben uns einfach vor, was Sie wollen. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass es über das Budget hinaus, was sie immer nur gegeben hat und das vorhin, du weißt ja, Susanna, immer nur ein paar Projekte in Burgenland, dass diese 10 Millionen und wir haben es ausgeräumt, die 10 Millionen, jetzt wirklich in das ganze Burgenland, in die Gemeinden geflossen sind. Lebensqualität, und damit möchte ich schon schließen, ist in Hirn eine sehr große. Mir gefällt da immer wieder die Gemeinschaft, wenn ich in Hirn bin, die er leben darf. Da passt einfach so viel, da wird von der Kinderbetreuung bis zur Schule, da werden innovative Projekte umgesetzt, wovon andere Menschen träumen. Das geht dann wirklich über die Qualität des Lebens, vom Nahversorger bis zum Dorfstall, bis, 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 bis. Wie gesagt, letzte Woche war ich ja beim Familienpicknick, das habe ich noch nicht gekannt, was ihr da für einen tollen Teich habt, und vor allem der Anger davor ist ganz, ganz toll. Aber ich muss Ihnen zuletzt noch das Kompliment machen, allein jetzt einen Schwefelbrunnen zu haben, oder wieder einen Nahversorger und so weiter, das ist schon wichtig. Aber wissen Sie, was ganz wichtig ist, nämlich, dass man ein Dorfleben auch lebt. Das wird in Hirn gelebt. Und da muss ich dir auch ein Kompliment machen, ich weiß, du willst das nicht, nachher wirst du mir wieder schimpfen, ich sage es trotzdem, du schimpfst ja sonst da mit mir manchmal. Ich sage es jetzt laut, du hast ja gesagt, wir sind es eh alle gewohnt, dass wir uns schimpfen. Du tust das für die Gemeinde, für deine Menschen da. Ganz, ganz wichtig ist, es braucht aber wie überall. Beim Verein, Herr Oppmann, bei vielen anderen, braucht es halt jemanden, der vorne geht und anzieht. Theresa und in dem Fall die Bevölkerung. Da gibt es einen guten Spruch, so gescheit wie der Herr Vereins Oppmann möchte ich auch sein. Ich bemühe mich zumindest. Cicero ist unser Aulend bekannt, der ist noch ein bisschen älter als der vom Oppmann, sie vierte Herr. Sie vierte Herr. Genau. Und der hat gesagt, das oberste Streben muss sein, für das Allgemeinwohl da zu sein. Das passt in Hirn dazu. Herzliche Gratulation. Frau Bürgermeisterin, Herr Vereins Oppmann, Herr Witzelbürgermeister, alle, Sie, bitte bleiben Sie auch an der Geschichte. Das ist so wichtig. Und zuletzt vielleicht noch ein Spruch, den kennen wir alle und das wissen wir. Wenn ein Baum keine Wurzeln hat, oder sich festhalten kann, dann ist er beim ersten Sturm ungebogen. Wir alle unterleben, kann man von einem Menschen sicher vergleichen mit einem Baum. Wir müssen auch gut wurzelt sein, gut geerdet sein, damit wir dann große Äste kriegen und leben können, und dass wir uns wohlfühlen als Baum und als Mensch. Und das ist da wirklich toll gelungen. Eine herzliche Gratulation. Es ist Ihr Schwefelbrunnen, Ihr Projekt. Und ich freue mich, dass ich heute bei der inoffiziellen Eröffnung dabei sein darf. Ihnen alles Gute und einen herzlichen schönen Abend. Und jetzt bin ich kein Pfohrer, aber die Pfohrer sagen immer, nicht aufstehen, sondern sitzen da. Vielen Dank. Vielen Dank.